8. August bei uns hier in Burghausen machen wir ein Testspiel gegen Passau. Schauen wir mal, wie die neue Mannschaft zusammenkommt mit 5 Neuzugängen. Noch eine Spielertrainingssituation. Und zwar, jeder Torwart soll eine Halbzeit lang als Spieler im Feld sein. Das heißt, jetzt in der ersten Halbzeit wird der Simon mal eingewechselt und der zweiten der Tobi. Die Passau sind auf 2000er und spielen dann Bezirks-Oberliga Niederbayern. Hommi, ich versichert ihn bei euch. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Servus. Kommt los, hinten los. Bleibt uns sicher. Danke. Luka, Luka. Schatten. Schatten. Rücken zum Ball. Spielen. Rücken zum Ball. Und der Tommi hilft. Dschuss. Schatten. 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 gepackt. Niederabend. Guck. Nach hinten, wir absetzen, Dani. Kommt, fleuern. Anschluss hinter Dani finden. Oskar, Oskar in die Mücke rein. Kommt ihr mit mir rein? Okay, da braucht ihr den Mücke rein, haben wir gesagt. Rauch, ruch! Rauch, ruch! Mitmachen, mitmachen! Und der Jojo gleich! Alex, ich bin mit der Spitze. Miki, jetzt rein! Miki, Miki, wie passt du? Anschluss, Lukas Geisler! Miki! Miki, mitmachen! Miki, mitmachen! Tschüss! Daniel übernimmt die Zwei! Tomi, Tomi, weiter beim Lukas, Geisler. Tobi, mehr beim Mittelkreis. Geisler, Lukas, denk an die Sichel. Super. 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 Wenn der Ball da drüben ist, bist du dahinter, oder? Gute Ecke! Raus! Schneller, schneller! Kontakt bei zwei, Herstein! Kontakt bei zwei! Geisler bei zwei! Und wieder absetzen! Staffelung! Tommi Schirp, Tommi Schirp! Luki oben weiter! Luki da, Luki da! Luki da! Michi, sicher den Ball! Kein Zauberball! Tommi Sackk參 effect! Tommi Schirp mit dem Randladefelle! Türen machen! Nur Jan, Türen! Komm! Tauch rein! Nimmer dürfen! Weiter! So! Alex, Deiner muss sein! Hinten raus, hinten raus! Lukas, Lukas, sicher! Tommy, zeigt doch! Tommi, geh bei zwei dazu. Geh bei zwei eng. Dann ist frei. Tommy ist bei Mann. Dann sicher dich auf der Mittellinie ab. Auch, dass wir Überzahl haben. Ja, Luki. Kaiser, Luki, schütt von ein, Jojo ins Zentrum, in den Rückraum. Ja! Gute Ecke, Tobi. Kurz zuschauen, zuschauen! Nimmer dürfen, nimmer dürfen. Nimmer dürfen. Keine Ohren weiter, dass der Jojo weiterkommt. Jojo, weiter! Ja! Lauf! Lauf! Lauf, Alex! Tobi, rutsch rein! Tobi, rutsch rein! Torwart 11, Torwart 11 da! Jojo, haust den, wenn sie ist. Ruhig! Ruhig, Jungs! Tobi, rein! Michi zeigen! Geißer Lukas, Anschluss! Geißer Lukas, Anschluss! Warum laufen unsere bloß hinterher? Geißer Lukas, wenn der Ball hier überspielt wird, in der Sonne 2 kommst, das musst du nachschirmen, dass wenn er überspielt wird, du sofort dabei bist. Stapfelung herstellen, Sechser tiefer, Geißer Lukas absetzen, Dani zum Mann, Dani zum Mann! Langer Ball, Lukas absetzen! Und raus wieder! Kurzo Männer, kurzo! Jojo, einrutschen, einrutschen! Tobi ist, Tobi ist, Tobi ist! Stahle, Stahle! Da ist der Lukas, auf Position wieder! Super! Genau! Komm noch mal, noch mal, noch mal! Lola, rasch! Oskal! Okay los, Falsch! Typ Zwei kommer, komm, komm, komm! Tommy ist, Tommy ist! Hammer! Wow's bal characteristic! Tommy, helfe! Der Tor, der, der Tor! Etz tu, Tommy? Nicht bolzen, gehen wir raus! Rüpperst du Michi, rüpperst du Michi! Servus Alex! Willst du schon im Urlaub? Und breit besetzen! Sechserhälfte, Sechserhälfte! Ein Fuß! Komm Florian! Gehen wir! Mann aus, Mann aus! Schürz! 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 Komm Oska! Jawohl! Tobi, Tobi, wenn es einen Konter mit dem Stahli fährt, lauf ihm nicht auf drei Meter auf, sondern halt er Distanz zu ihm. Dass der Raum auf ist, gell? Stani zum Magen und Staffelung herstellen! Weiter, weiter, weiter! Waren wir nicht! Aus, Gott! Waren wir nicht! Warte Zone! Warte Zone! Warte, Luki! Michi, komm, Michi, komm! Tobi tief, Tobi tief. Gut. Tobi ist, Tobi ist. Dein Mal Lukas, Anschluss langsam. Tobi! Tobi, 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 Tobi. Ja, 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 ja. War schon richtig so. Sehr gut, Tobi. Alex, da einer in das Loch. Stahlmeier, Lukas in 16er. Alex, beim Rückraum, gell? Michi zentral, Mittlinie. Um dran, Tobi, um dran. Kurzer Ball, kurzer Ball. Kurzer. Auf geht's. Super. Komm, Michi, einbärm. Rüber, Frenkie, komm rüber, süß. Tobi, 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 Tobi. Tobi, 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 Tobi. Tobi, 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 Tobi. Super. Gleich ist Hälfte der ersten Zeit vorbei. Es gibt 30 Minuten. Jetzt haben wir gleich 14. Halt, Halt. Halt, Halt, Halt. Kevin. Nici, bestimmte hier queda sind.. Halt, Halt, Halt Du merkst, dass du im Ventil est gut in der Partie. Qu trên B회, Tobi. vem montar. Lass das,до, genau. Einfach den Ball eine Position zurückspielen. Innen rein gehen wir. Schließlich, der Wechsel bitte. Jojo, Jojo, Wechsel bitte. Ja, ja. Simon, Simon, der Papa. Den brauchst du nicht einfach nach hinten spielen. Denk doch, der Christoph ist ja auch immer Mannspielstation. Den können wir immer mit rein. Und zwar. Tommi, und weiter. Tommi, und weiter. Lukas, da aufnehmen. Lukas, aufnehmen. Tommi, du bist das. Tommi, du bist das. Tommi, tief. Tommi, komm. Zweikampf, Zweikampf. Tommi! Entschuldigung. Hau. Oh. Tommi, ich auch geh jetzt. Tommi, ich bin immer noch schön. Tommi, ich bin jetzt erst einmal sicher. Tommi. Tommi, ich bin noch nicht. Tommi, Tommi. 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 Tommi, Tommi, Tommi. Tommi. Tommi, Tommi, Tommi. Kobi, komm! Helfen! Kobi, komm! Helfen! Kobi, komm! Helfen! Kobi, komm! Helfen! Probiert! Thomas! Gut so, Michi, gut so! Staffelung erst ein! Ja, ja! Michi! Okay! Komm ich zum Mann, komm ich zum Mann, komm ich zum Mann! Enger, 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 du musst dabei sein! Eng jetzt, eng! Komm, Kobi, komm! Komm, Kobi, komm! Das ist nicht, Lass mich hier oben! Jetzt machen wir den Ball! Schwenker Ball, schwenker Ball! Schwenker Ball! Ja, Frankie, wichtig! Komm! Komm! Freaky! Komm, ich liebe ihn! Kostet den Weg auf! Kostet den Weg auf! Kostet den Weg auf! Kostet den Weg auf! Bewege den Kostet! Bewege den Kostet! Nein! Rein! Ja, wie war das? Kostet den Weg auf! Ja, kostet den Weg auf! Okay, hinter den O-Körper rein und hinten rum dran! Kostet den Weg! Komm, was kannst du? Kostet den Weg auf! Ritter! Wer kommt? Raus, jetzt! Raus, raus! Alex, wicke! Zwei Kampf, Tommi! Zwei Kampf, Tommi! Luki, ein weiter Schirm, gell? Gut so, Tommi! Michi, Michi, Michi! Michi, wenn er andribbelt, teischt den langen Laufweg an und kommt dann kurz. Jetzt, Tommi, Druck drauf, Tommi, Druck drauf! Komm, komm, komm! Tommi, Tommi, An weiter, Tommi, An weiter, Huki, Do, An weiter. Deine Ideen übernehmen! Zwei Kampf, Zwei Kampf, Zwei Kampf! Gut, Justin, super! Staffelung, wieder herstellen, Tobi, sieben! Tobi, komm! Auf geht's! Fubi! Fett, gleich schalten, wieder sieben! Tobi! Tobi! Kevin, breit! 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 Geht schon, geht schon! Lukas, setz dich ab, setz dich ab! Lukas, setz dich ab! Jawohl! Und drehen! Stahlmeier! Stahlmeier, geh höher! Stahlmeier, geh höher! Stahlmeier, geh höher! Stahlmeier, Lukas! Ball nahe, Sechser geht hoch! Der andere kommt schräg! Schluss! Wärmeier, schäf! Tobi! Kaffee, holen! Bein, da nicht eins gegen eins im Mann! So, zu Tobi. Wie geht es mit dem Wettbewerb? Gut, Tati! Jakob! Jetzt geht der Wechsel! Großer Alex! So, jetzt haben wir noch knapp acht Minuten. Bloß, das Problem ist, wenn der Ball auf dem Hintergrund stirbt, dann schüren wir alle von uns nach und machen eine Spähe breiter. Und wenn du den dann verlierst, dann stellen wir den Ball offen. Deshalb ist es das allererste, dass du den Ball erst einmal sicher bist. Wenn du natürlich eine Situation hast, wenn du eins gegen einen fahren, dann machst du die. Aber wenn du jetzt eins gegen drei warst, wie wir jetzt sind, sicher den Ball, leg den ab vom Nächsten, der von uns nachlutscht, und dann schalten wir nach vorne. Lüte, Mann! Tony, mit! Super! Sie lieb. Da hast du den Ball! Du! Geisler, Lukas, hinten rein, hinten rein. Denk da drüber beim Einwurf, gell? Michi, Michi, Michi! Koffertreif, Koffertreif! Grüß Sie! Michi, wenn der Beuder kommt, zorgt er sofort weniger. Aussehen, aussehen! Aussehen, aussehen! Mach hier! Mach hier! Koffertreif! 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 Sechser, Sechser! Gut so, Lukas! Beide Sechser von der Höhe! Gut, Jakob! So, das sind dann gleich die letzten fünf Minuten. Immer noch Zeit, immer noch Zeit! Wenn erstmal Simon im Feld spielen lassen will, dann müssten wir langsam mal wechseln. Tobis, vier! Jawohl! Jetzt das dann! Gut! Das ist gut! Hopp! Sieben! Sieben! Auskommen! In der Tuschkinder machen! Oh, oh! 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 Geh mal in die Kabine! Nein! So, das war die letzte. Dann woanders etwas noch, was wir sehr, das was ich sagen... Wir reden sollten sich über die Zeit. Vielen Dank.